Die Partei Die Linke hat wirklich einen herben Schlag mit diesem Wahlergebnis am vergangenen Abend bekommen. Wir haben schwer verloren und wir wissen, dass wir eine schwere Niederlage eingefahren haben. Und das können Sie sich vorstellen, dass das für uns natürlich auch das letzte blaue Auge ist, was wir uns abgeholt haben, weil wir das auch als tatsächlich letzte Chance verstehen, tatsächlich unsere Partei auch nach vorn zu entwickeln. Vielen Dank.